Was gesagt, ForzaFam, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Wer kann mehr? Das Format, um es nochmal kurz zu erklären für neue Zuschauer. Ich werde eine Frage stellen, den beiden Jungs, und dann werde ich sagen, wer kann mehr aufzählen einfach. Dann gibt es ein Wettbieten, Julie sagt fünf, mal sagt, ich schaffe sechs. Julie denkt sich, mehr als sechs schaffe ich nicht, komm, mal versuch du. Wenn er die sechs schafft, eine Minute, genau, das ist auch sehr wichtig. Wenn er es in der Zeit schafft, kriegt er einen Punkt, wenn ich den falschen Namen nenne, bin ich automatisch. Gehst du auch raus, dann bist du auch raus. Ihr werdet das schnell verstehen. So, hier kommt schon meine erste Frage. Wer von euch beiden Halumpen kann mir mehr Spiele aufzählen vom letzten Ligaspiel Antalya gegen Basakshir? Wer fängt an? Hallo, warum fängst du an? Ja, wir stimmen. Fängst du an. Lass da Klier Klug machen, wer anfängt. Einfach doch. Ja, Klier Klug ist das faireste. Klar, Klug. Sechs. Mach. Haji Wright. Fernando. Äh... Güray Vural. Zeit läuft. Falsch. Weiß ich nicht. Nicht in der Startteil, Freunde. Geht der Punkt an mich? Äh... Ja, ja, klar. Punkt an mich, ne? Okay, stark. Jetzt kommt schon meine zweite Frage. Hoffentlich nicht. Gescheite, was war das gerade? Das ist geil, Digga. Voll geil, oder? Weiter, komm, weiter. Wer kann mir mehr Mannschaften aus der ersten holländischen Liga aufzählen? In einer Gute. Juli fängst an. Sechs. Sieben. Ja, mach das mal. Okay. Ajax. PSW. Feyenoord. AC Alkmaar. Utrecht. Äh... Twente. Sechs hatten wir, ne? Einen noch. Einen noch. Einen noch. Einen gibt es da noch. Guck mal, ob Utrecht die erste Liga ist. Ja, sag. Okay. Ich finde da noch einer auf jeden Fall. Hast du noch genug Zeit? Ist noch Zeit. Bisschen jetzt. 30 Sekunden ungefähr. Ich weiß nicht, wie man hier ausspricht, diese, worauf ich spiele, Grönlich, Grönig. Sag, wie die Mannschaft ist. Du, da die, Grönig halt. Ich kenne keine Mannschaft, die Grönig heißt. Diese grüne, weiße, wo Robben gespielt hat, Bro. Bro, du sagst, du kannst sieben aufzählen. Dann sag die Mannschaft. Grönig. Grönig ist falsch, aber wir lassen dich jetzt nicht. Das war's. Das war's. Wenn du es gewinnst, zählt der Punkt. Scheißdorf, scheißdorf. Tarm, 2-0, alles gut. Alles gut. Mal, ich wusste, dass du das, ich wusste, dass du go ahead, Igils weiß und Grönig war auch direkt. Bro, ich nimm's nicht an. Ja, warte mal mal. Nein, ich go ahead, scheißdorf. Ich nimm's nicht an, alles gut. Ich hab dir schon meine Hand ausgestreckt. Oh, vielen Dank, aber ich nimm's nicht an. 1-1. Nein, Bruder, 2-0. Ich will fair spielen. Ey, kein Play, Freunde, Applaus. Ich will fair spielen, Bro. Ich gib's ihn an. Im Chat. Alles gut, alles gut. Ob er es annimmt, ist deine Sache. Danke sehr, ich weiß. Oh, 2-0, Mar. 2-0, Bro. Ich weiß, dass du es wusstest. Nimm's an, Bruder. Ja, dann ist mein Fehler, das Ding. Alles gut. Okay, er spielt hier. Er will den Ehrenmann machen. Er will den Ehrenmann spielen. Ich will einfach nur ehrlich spielen. Freunde, dritte Frage und die alles entscheidende. Mar, bitte. Wer kann mir mehr offizielle Sponsoren der UEFA Champions League in einer Minute nennen? Wer fängt an? Komm, Mar, fängt an. Mar. Mar. Sag eine Zahl. 2. 3. 4. 5. Lays. Heineken. Unicredit. Was für die? Diese Bank. Aster Card gibt's. Oh, okay. Und Unicredit ist nicht Sponsor der Champions League? Unicredit steigt auf Champions League für uns aus. Die waren mal. Ich schwöre, die waren hier. 2.17. Unicredit. 2.1. Starke Frage. Starke Frage. Und verdienter Punkt. Freunde. Und die vierte Frage. Und die vierte Frage. Man muss jetzt noch zweimal richtig liegen. Sonst ist er, ciao, Kakao. Wer kann mir mehr Champions League-Final-Austragungsorte nennen? Aber wirklich Champions League. Nicht was davor war. Seitdem es Champions League heißt. Einfach die Städte, wo die Finals gespielt wurden. Wer kann mir mehr nennen? Juli. 7. 8. 9. 8. Porto. Dann Istanbul. Dann München. Rom. Dann Lissabon. Mailand. Athen. Einen brauche ich noch, ne? Mhm. Einen brauche ich noch. 9er. Du hast erst 7. 2. 2011. War in London. Wembley. Wann war man? London. Und Manchester Old Trafford 2003. Old Trafford, wo Rieland gewonnen hat. Richtig. Boah. Mal ein Stück. Yes. 3-1 Juli. Das Ding ist durch. Ja. Okay, ich habe das erste Spiel verloren. Mal schauen, wer jetzt gewinnt. Ich will, dass du gewinnst. Ich will auch. Ah, warte. Wir haben noch gar nicht gesagt, was die Strafe ist, ne? Nee. Die Strafe sind diese hübschen Treter. Hier kommen wieder zum Einsatz. Plus noch ein kleines Extra. Lasst es euch überraschen. Guckt bis zum Ende. Wer, also wer will, wer sagt dann die erste Zahl? Klick, 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 klick. Aussi. Wer von euch kann mir mehr FIFA-Spieler nennen, die von Haus aus, sage ich mal, ohne Special-Karten, Five-Star-Weekfoot und Five-Star-Skill-Boost haben? Egal welchen FIFA. Nein, in diesem FIFA. In diesem FIFA. FIFA 23. Wie viele kannst du mir aufzählen? Zwei. Drei. Keine Zahl, Bro. Also, auch keine Icon-Karten und so? Nein, wirklich nur Gold, Silber und das Ding. Äh, jei, jei, mach, Bro. Mach mich von zwei ein, ja. Neymar. Neymar, weiß ich. Ich habe drei gesagt, ne? Ja. Dann sage ich Cristiano. Halt. Halt. Muss man den Willen nehmen, ah? Ribéry. Ribéry. Jesus von Sevilla. Oder Jesus Corona. Ah, warte, ah, warte. Ribéry hat fünf Sterne. Beides. Aber Ronaldo nicht. Du zockst doch seit zehn Jahren FIFA. Wann hat er da Five-Star, Five-Star, Bro? Der hat immer Five-Star, Four-Star. Die haben ihn echt immer gehopst. Obwohl er eigentlich Five-Star verdient hätte, aber der hat immer Four-Star. Ja, okay. Nächste Frage. Eins, nur los. Next question. Wer kann mir mehr argentinische Spieler, die aktuell in der Premier League spielen, aufzählen? Juli fängt an. Zwei. Drei. Dann sage ich... Müssen die Nationalspieler sein oder Argentinier? Argentinier. Vier. Eine Antwort, bitte. Mach. Emi Martinez. Passt. Dann... der von Brighton. McAllister. Passt. Dann nehme ich... Julian Alvarez. Passt. Und... Wie heißt er? Impf-Verteidiger von Manny nochmal? Es gibt doch noch einen anderen, falls mir der Name... Ich will ihn jetzt nicht falsch nennen. Einen müsste es noch geben. Martinez. Äh... Alles. Alexis mit Alistar. Und... Und... Enzo Fernandes. Passt. Scheiße, Digga. Wer war der? Wie heißt er bei Manny nochmal? Auch Martinez. Martinez, ne? Lissandro Martinez. Christian Romero. Es gab noch, genau, von Tottenham. Okay. 1-1. Der Ossi fängt wieder, nächstes Mal. Ja, genau. Okay. Wer kann mir mehr... Torhüter und Abwehrspieler... des 1. FC Bayern München... dieser Saison... 1. FC Bayern München? 1. FC Bayern München? 1. FC Bayern München. Diese Saison aufzählen. Mach. 5. 7. Ganz kurz zum Verständnis. Torhüter, Innenverteidiger, Außenverteidiger... sind die drei Positionen. Ich bin der Zahl. 9. Mach. Jan Sommer. Sven Ulreich. Manuel Neuer. Upamecano. De Ligt. Lucas Hernandez. Masroi. Ähm... Süle. Davies. Und... Juan Azar. Oder wie der heißt? Azar. Fast. Fast. Okay, ich hätte gesagt, dann bleiben wir gleich bei Bayern. Wer kann mir mehr Fußballspiele aufzählen, die bei Dortmund und bei Bayern gespielt haben? Drei. Drei kann ich auch, aber nicht vier. Das ist jetzt der Film, Digger. Sag, sag, vier oder nicht, sag. Sonst fängt Julis Detail mal an, sag was. Drei. Zwei. Eins. Vier. Mach. Lewandowski. Götze. 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 Hummels. Ja. Ja. Und jetzt mach weiter. Niemals. Züle. Züle. Niemals. Ja. Boah, Digger. Der hat das vor zwei Minuten, hat er gesagt. Alter. Wir lachen euch ein. Niki. Wie viel steht? Drei eins. Spiel vorbei? Nein, noch nicht. Du hast noch zwei Fragen. Einen habe ich noch. Dann ist es vorbei. Ozzy hat gewonnen. Jetzt muss ich gewinnen. Ozzy. Hau ihn weg, Mann. Jetzt muss ich gewinnen. Nein, gegen den gewinne ich. Was soll das heißen, Digga? Komm, Bro. Ziel im Finale. Aus-Austragungs-Orte, Bro. Soll ich das wissen, Digga? So. Nun bin ich an der Reihe. Last but not least. Es steht 1-1-0, ne? 1-1-0. Gewinnt Mayr, gehen wir in eine allerletzte Runde. Gewinnt Ozzy, hat Mayr verloren. Ja. Ich fang an mit der ersten Frage. Wer kann mir mehr türkische Nationalspieler aufzählen? Wer fängt an? So. Okay, klar. Glück. Aktuellen? Aktuellen. 10. 10. 12. 14. 18. 19. 20. Mert Günok. Altay Bayındır. Uğurcan Çakır. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 25. Jeng Tosun und Rudvanyun Mas. Altai war richtig, Mert war richtig, Uja war richtig. Ich suche mal nach Khan Aihan. Den finde ich hier nicht. Damit hast du einen Punkt verloren. 1-0 für Mayr. Wer kann mir mehr Bundesliga-Meister aufzählen? Vier. Fünf. Sechs. Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Nürnberg, Bremen. Wie viel hast du gerade? Fünf, der letzte. Ich habe ein paar Kandidaten, ich habe genug Zeit. Oh, die müssen. Also Hamburg oder Schalke? Ich überlege gerade, einer von ihnen hat safe gewonnen. Komm, ich sage Schalke. Schalke hat noch nie gewonnen. Hamburg hat gewonnen, ja. Nein! Schalke. Deswegen bleibt ihr ein Traditionsverein, Alter. Scheiß. Ich gucke noch mal nach, bevor ich was Falsches sage. Ich habe noch nie was geschissen bekommen, Digga. Ob mit der zweite Liga mit euch. Hast du Bundesliga oder Deutscher Meister? Deutscher Meister Bundesliga. Ihr seid Einführung der Bundesliga. Ja. Schätzer? Nein, dann haben sie nicht. Deutscher Meister vor Einführung der Bundesliga. Da war Schalke. Yes. Ab 1-1. So. Wer kann mir mehr? Mal, bist du da? Ich schaue gerade nur. Glaub nicht. Alter, komm. Dreck. Drecks Schalke, Alter. Ab in die zweite Liga mit euch. Man kommt nie wieder, Alter. Was gehen die dafür, Digga? Schalke. Wer kann mir mehr? EM-Austragungsorte aufziehen. Und die letzte EM zählt nicht, weil da war ja gefühlt in ganz Europa so, außer die EM 2020, die 21 stattgefunden haben. Alle, wer kann mir mehr? Ähm, ja. Austragungsorte der Europameisterschaft aufziehen. Aussi, du fängst an. Drei, easy. Vier. Mach. Okay. Also, wir hatten. Der hat sich verpokert. Frankreich? Wie viel hatte ich? Vier, ne? Vier. Frankreich? 2-12 war in... Dreck. 2-12. Vier, muss er? Ja. Sieg, ich bin krank, Klaus, bei sowas. Ähm, Italien? Ja. Spanien? Ja. Easy. Du musst irgendwelche Länder aufziehen. Deutschland. Richtig. Ja, easy, ey, bro. Ey, Mann, ich voll Idiot, Digga. Ich bin so doof, Digga, so doof. Das nur so, weil der so Ding ist, aber man kann ja da wirklich so random. Ja, bro, das hab ich von der letzten Folge noch gelernt, Bro. Ah, sehr. Das ist ja bitter. Bitter, Peter. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne, ist jetzt 3-1, hab ich gewonnen. Du musst jetzt halt gewinnen, ja. If, bro, if. So. Eigentlich hätte schon 3-0 gewonnen, der Artemis. Wer kann mir mehr Torschützenkönige der Premier League aufzählen? In einer Minute. Mario, du fängst diesmal an. Drei. Vier. All time. Fünf. Mach, bro. Okay. Ganz kurz, kann ich Haaland, doch Haaland? Ja. Agüero? Ja. Rooney? Moment. Ich zähl schon mal weiter auf, bin derzeit bewusst. Ja, zähl mal weiter auf. Ähm. Rooney seh ich hier nirgendwo, Bro. Rooney hat nicht gewonnen, tut mir leid. Ja. Rooney hat leider nicht gewonnen, nein. Yes, yes, yo. Drogba, Ori, Tevez, Berbatov, Van Persie, Suarez, Ronaldo. Salah. Salah, Emane, Vardy, Kane. 2-2. 2-2. 2-2. Letzte Frage, eine knackige. Echt eine knackige. So. Wer kann mir mehr türkische Pokalsieger in einer Minute aufzählen? 1-2. Er muss machen. Du fängst an. Ich habe gerade gemacht. Ja. Vier. Fünf. Sechs. Noch. Los, eine Minute. Ich bin auf. Fener, Gala, Besiktas. Sivas. Fener, Gala, Besiktas, Sivas, ja. Ankara. Ankara, Bücher. Ähm. Ja. Eine noch, ne? Nein. Zwei noch. Nein. Sechs? Waren wir doch. Ja, genau. Fener, Gala, Sivas. Fünf, einen noch. Oh, Mann. Hat Trabzon, hat Trabzon gewonnen? Ich habe schon mal Pokal gewonnen. Trabzon macht nicht so. Aber die anderen müsste ich nur raten. Nein, Akisar. Akisar. Boom. Okan, danke, Bruder. Ankara 1981 gewonnen. Da musst du schon lange suchen. Kuss. Willkommen auf Ankara. Konja, Sivas letztes Jahr. Fener hat 2020 gewonnen. Trabzon hat gewonnen? Ja. Natürlich. Ja, ja, klar. Damit ist die Sache gegessen, oder? Du hast verloren. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns sofort bei der Beschlafung. Bis gleich. So, wir sind jetzt am Ort des Geschehens da. Angekommen. Muss ich jetzt ein bisschen was gefallen lassen. Dann hat er seine eigenen Schuhe an, aber es ändert sich gleich. Juli, was sagst du? Das wird super. Das wird super. Also. Wir gehen zwar essen, aber man weiß nie. Vielleicht wird er heute noch eingewechselt. Nein, sag. Sag die Sprache. Mann weiß nie, wann man... Ey, nein! Du musst es sagen! Sag es! Sag es! Mann weiß nie, wann man eingewechselt ist. Genau, richtig, Bro. Vielleicht ist Arsene Wenger da. Das kautet dich. Da musst du rein, Bro. Die Sprache sind immer auch zu eng, Digger. Die lassen gleich auf. Meine Füße sind zu groß, ja. Die Füße sind zu fett, Bro. Welche Schuhe das ist denn? 47? Der hat es für sich selbst gekauft. Passt schon zu gut. Das war seine Schuhe, weißt du? Ja, ja. Früher als Bro. Früher. Du hast damit gar nicht viel gemacht. Du hast mir nicht einmal gewachsen. Früher. Du hast mir zwei Jahre gekauft. Ja, wie geht's? Was? Schau mal, schau mal. Die Farbkombi. Schau mal, die Farbkombi. Schwarz, Pink, Blau. Bruder. Du bist Fashion-Killer, Bro. Michael Jackson-Killer. Geh da ran. Ab zum Mac-Ass. Lauf doch Zebrastreifen rein, Mann. Du brauchst die Schuhe und den Zebrastreifen. Schön voll auch noch. Volle Lunte. Volle Lunte. Volle Lunte. McDonalds. Aber Freunde, das wäre viel zu langweilig, wenn das die einzige Strafe wäre. Hier kommt noch was. Jetzt. Genau beim Clown, Bro. Vor dem Clown kriegst du noch ein paar Schellen. Ich bin echt dagegen. Ich bin echt dagegen. Mach gescheit, Bro. Mach gescheit. Ich hab's gemacht. Boah, der zieht trotzdem. Mach gescheit, Bro. Das war. Jetzt kommt Ossi. Jürgen, nimm ihn. Naja, check Jürgen. Ui. Und, let's go. Und rein da. Und rein da. Mach gescheit, Bro. Mach gescheit, Bro. Mach gescheit, Bro. Meiner war saftig, ne? Deiner war gut. Meiner war saftig. Oh, es ist rot geworden. Often. họ lacht. Fuhlen aus. Echt? Echt? Ja, freche Schuhe. Was sagst du? Er kriegt schon Komplimente für seine Schuhe. Also Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dieses Format ist so geil. Das ist wirklich geil. Da gab es eins und eins. Freunde, danke fürs Zuschauen. Like den Laster. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, ich wünsche euch was. Bye, bye. In diesem Sinne, Every Masterpiece has its own copy.